Irgendwo in Niedersachsen. In einem kleinen Dorf treffen wir Jens und Lena. Hallo! Ihre Namen haben wir zu ihrer Sicherheit geändert. Gemeinsam mit anderen betreiben sie eine ökologische Gärtnerei. Hier erzählen sie uns von ihrer Sorge wegen eines neuen Dorfbewohners, Uwe E. Der gibt sich als eine Art Heiler. Es hat angefangen damit, dass ein Freund von uns bei ihm so eine Therapiesitzung hatte, auf eine Empfehlung hin. Uwe E. habe behauptet, die Borreliose des Freundes sei durch einen psychischen Konflikt verursacht. Das kam den Freunden merkwürdig vor. Sie recherchierten und sind sicher, dass Uwe E. hier auf verdeckt gedrehten Bildern Methoden der sogenannten Germanischen Neuen Medizin anwende, kurz GNM. Eine antisemitisch aufgeladene Pseudomedizin. Dann haben wir als ersten Schritt einen Nachbarschaftsbrief verfasst, ein kleines Infoblatt zusammengeschrieben über Neue Germanische Medizin, um zu erklären, was daran problematisch ist. Und das in alle Briefkästen verteilt. Im persönlichen Gespräch sei Uwe E. auf kritische Bemerkungen hin bereits handgreiflich gegen einen ihrer Mitbewohner geworden. Auch von Drohungen erzählen sie. Uns gegenüber äußert sich Uwe E. dazu nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen ihn. Also ich hab dann auch immer drauf geachtet, das Haus nicht mehr alleine zu verlassen. Und dass wir einfach Angst hatten, ihm alleine zu begegnen. Wir haben dann ja angefangen, so Trillerpfeifen zu tragen zu unserem Schutz, dass wenn was passiert, wir irgendwie laut sein können. Und das hat so ein bisschen geholfen. Aber es hat richtig lange gedauert, bis sich das eigentlich wieder beruhigt hat. Wir wollen wissen, wer ist Uwe E. und was macht er genau. Wir finden seine Profile in sozialen Netzwerken. In einem Forum beschreibt er sich selbst als Schulabbrecher und Selbstlerner. Auf unsere Frage, ob er eine medizinische Ausbildung hat, antwortet er uns nicht. Bei Facebook schreibt er über sich, Zitat, Bei Telegram entdecken wir zahlreiche Chatgruppen von Uwe E. Hier bietet er kranken Menschen Hilfe an. Und verweist auch immer wieder auf die germanische neue Medizin. Sabine Riede von der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen berät seit über 30 Jahren Betroffene der GNM in ganz Deutschland. Sie sieht darin eine gefährliche Pseudomedizin. Das, was die germanische neue Medizin anbietet, ist eben keine Heilkunde, die wirksam hilft, sondern eher eine Ideologie, die mit Verschwörungstheorien und antisemitischen Gedanken gut durchsetzt ist und Leuten eben suggeriert, dass hinter jeder Erkrankung eine Art Konflikt steckt, ein seelischer Konflikt, der eben aufgelöst werden muss. Würden Erkrankte ihre Konflikte erkennen und lösen, verschwinde auch die Krankheit, selbst Krebs, so die Behauptung. Solche Thesen verbreitet auch Uwe E. in sogenannten Seminaren. Uns werden heimlich gedrehte Aufnahmen zugespielt. Einem Teilnehmer erzählt er, wie viele Menschen er über seine Telegram-Gruppe erreiche und damit Geld verdiene. Und dann ging's ganz schnell. Dann waren es 30, dann waren es 300, dann waren es 1000. Jetzt sind es kurz vor 2000. Ja, das ist die einzige Gruppe, die damit Geld verdient, mit dieser medizinischen Arbeit. Medizinische Arbeit heißt hier, er sucht angeblich krankmachende Konflikte in früheren Leben oder der Ahnenreihe. Kosten pro Seminartag 150 Euro. Unsere Recherche zeigt, dass Uwe E. in verschiedenen Regionen Gruppen gründet, die wiederum Seminare veranstalten und ihn dazu einladen. Sein Netzwerk scheint zu wachsen. Sind seine Methoden nur verschrobene Esoterik oder eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen? Wir treffen jemanden, der an Seminaren von Uwe E. teilgenommen hat und seit Monaten in dessen Chatgruppen mitliest. Wir nennen die Person Kim. Kim beschreibt Uwe E. als eine Art Guru und hält seine Methoden für gefährlich. Was er auf jeden Fall erzählt hat, wen er behandelt, sind Krebspatienten und Menschen mit Schlaganfallpatienten und Parkinson-Patienten. Was erzählt er darüber, wie er die behandelt und welche Ratschläge er denen gibt? Vor allem rät er ihn von einer schulmedizinischen Behandlung ab, weil er schulmedizinische Behandlungen als sehr negativ darstellt. Wir wollen überprüfen, was Uwe E. lebensbedrohlich erkrankten Menschen rät und fahren dafür nach Jena ans Uniklinikum. Hier treffen wir die Onkologin Prof. Jutta Hübner. Sie ist Expertin für die Kombination von konventionellen und komplementären Methoden in der Krebstherapie. Sie strickt für uns eine Diagnose, mit der wir Uwe E. testen wollen. Ein junger Mann, 27 Jahre, Hodenkrebs. Der fiktive Urologe empfiehlt schnellstmöglich eine Operation. Dieser Fall ist so ausgesucht, dass für den Patienten, wenn es ein realer Patient wäre, eine extrem hohe Heilungschance ist. Und zwar, so wie es der Urologe da auch vorgeschlagen hat, eine Operation. Wenn das schon ein bisschen fortgeschrittener wäre, würde man noch über eine Chemotherapie nachdenken müssen. Aber die Heilungsrate ist, wenn man das rechtzeitig macht, extrem hoch. Rechtzeitig operieren, darauf kommt es an in unserem erfundenen Krebsfall. Wir geben uns in Uwe E.'s Chatgruppe als die Partnerin des Patienten aus, schildern die erfundene Diagnose und die Angst vor der OP. Der Rat von Uwe E. kommt per Sprachnachricht. Wenn du nichts machst, wird es gut werden. Die Zeit ist mir sicherlich deutlich länger und durchaus stabil, aber manchmal eben auch nicht. Je nachdem, welches Drama ihr da sichtbar machen müsst, damit ihr auf etwas bestimmtes kommt. Zum Beispiel, dass ihr euch in einem Vorleben schon mal hattet oder nicht dauerhaft haben konntet. Und das ist wie bei Kaffee und Kekse knabbern sich einfach sportlich unterhalten, bis man das satt. Und dann wird das mit diesen Möglichkeiten der Technik in viele kleine Sequenzen zerteilt und gelöscht. Und weil es dann erkannt ist, ist es dauerhaft stabil und gut. Sein Rat, den Konflikt finden, darüber reden, abwarten. Wir spielen die Sprachnachricht der Onkologin vor. Naja, das ist absolut gefährlich, denn solch ein Tumor gerade bei jungen Menschen kann sich relativ rasch entwickeln. Wenn man jetzt abwartet, der Tumor fängt an zu streuen, es bilden sich Metastasen, dann ist es einmal so, dass die Heilungswahrscheinlichkeit relativ schnell abnimmt. Und der zweite Punkt, die dann notwendigen Therapien sind sehr viel intensiver, ausgedehnter. Da ist da noch eine Chemotherapie und alles dabei. Das heißt, auch die Folgen für den Betroffenen sind wesentlich heftiger. Und das Zeitfenster ist einfach bei solch einer Geschichte dann essentiell. Man hat immer Zeit zum Nachdenken, das ist ganz wichtig für unsere Tumorpatienten, aber eben nicht wochen- und monatelang. Wenn sie auch noch so gefährlich sind, strafrechtliche Konsequenzen haben medizinische Ratschläge von sogenannten Heilern selten. Das zeigt die jahrzehntelange Erfahrung der Sekteninfo NRW. In den meisten Fällen kommt es gar nicht zur Anzeige, noch viel weniger kommt es zu einer Verurteilung. Und wenn es zu einer Verurteilung kommt, sind es in der Regel Geldstrafen. An sich bin ich der Meinung, dass unsere Gesetzeslage ausreichend ist und dass es nur konsequenter angewandt werden müsste. Es brauche Weiterbildungen für Staatsanwaltschaften und Behörden. Tatsächlich ist es in Deutschland verboten, jegliche Art von Heilkunde zu betreiben, ohne eine ärztliche Approbation oder eine Heilpraktiker-Genehmigung. Wer das trotzdem tut, macht sich strafbar. In ihrem Fall kam der Heiler mit einer Geldstrafe davon. Wir treffen Jacqueline Claus. Ihr Vater hatte Krebs an den Rachenmandeln. Im Vertrauen auf die GNM lehnte er alle wissenschaftsbasierten medizinischen Behandlungen ab. Das wuchs dann hier immer mehr und mehr. Und hier hat der Heiler immer noch gesagt, das ist doch völlig normal. In diesem Stadium? Ja, natürlich. Und das ist ja auch das perfide bei diesen Heilslehren. Am Ende wird dem Patienten die Schuld gegeben, weil er hat dann doch nicht fest genug daran geglaubt. Er hat seinen Konflikt nicht ordentlich genug bearbeitet. Und schuld sind natürlich auch noch dann die Angehörigen, die dagegen gearbeitet haben. Ihr Vater starb 2015. Exakt hatte über den Fall berichtet. Über einen alten Freund war ihr Vater mit der GNM in Kontakt gekommen und traf auch deren Erfinder, Rieke Gerd Hamer. Dem war bereits wegen seiner unwissenschaftlichen Methoden die Zulassung als Arzt entzogen worden. Mehrfach saß er im Gefängnis, weil er Patienten geschadet hatte, bis hin zu Todesfällen. Und Hamer war ein Antisemit. Übrigens in Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Das müssen wir auch festhalten. Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht jüdischen mit Chemo. Verschwörungsbehauptungen. Antisemitisch und schlicht falsch. 2017 stirbt Hamer. Andere selbst erklärte Heiler verbreiten seine Lehre bis heute. Deshalb bewegt das Thema Jacqueline Claus noch immer. Sie will auch sieben Jahre nach dem Tod ihres Vaters warnen und zeigt uns die Lehrbücher der GNM, auf die ihr Vater vertraut hatte. Zu jeder Krebsart haben sie das Passende. Sie sehen mal, was hier für Beispiele kommen. Eine Frau muss in der Firma immer schlucken. Ein Kind werden Süßigkeiten verboten. Stattdessen soll es Gemüse essen. Das könnte zu Krebs führen. Sie nennt die GNM eine gefährliche Medizin-Sekte. Seit Jahren unterstützt sie andere Betroffene. Immer wieder melden sich verzweifelte Menschen, deren Angehörige in die Szene geraten sind. Also da geht es tatsächlich um komplette Gehirnwäsche. Und die werden ja, wie gesagt, auch in Gesprächen, in Broschüren darauf vorbereitet, dass wahrscheinlich die ganze Familie dagegen reden wird. Und das passiert ja dann auch. Ich habe Betroffene, da sind ganze Ehen zerbrochen. Geschwister haben sich getrennt voneinander, haben keinen Kontakt mehr, weil der eine war GNM immer länger, der andere nicht. Also das ist schon eine schwerwiegende Geschichte. Schmerzmittel zum Beispiel habe ich auf jeden Fall nie bekommen. Antibiotika auch auf keinen Fall. Philipp erzählt uns von seiner Kindheit. Seine Mutter vertraute auf die GNM und andere esoterische Methoden. Er möchte nicht erkannt werden. Seinen Namen haben wir geändert. Ich bin aufgewachsen mit dieser Einstellung von in der Gesellschaft sind böse Mächte am Werk und wir müssen uns dagegen auflehnen sozusagen. Und vor allem müssen wir uns selber vor negativen Einflüssen reinhalten sozusagen. Und das spielte dann schon wieder auch in diese ganze Medikamentensache mit rein. Heute sieht er die GNM kritisch. Er selbst habe Glück gehabt, als Kind nie ernsthaft krank gewesen zu sein. Und da gibt es ja in Deutschland Gesetze, die sagen, Minderjährige müssen behandelt werden, wenn bei ihnen Krebs diagnostiziert wird. Und nach der GNM ist das halt das Fatalste, was man machen kann. Nach der GNM sterben die Leute ja nicht am Krebs, sondern an der Behandlung. Und meine Mutter wollte unbedingt verhindern, dass, falls bei mir Krebs diagnostiziert wird, ich behandelt werde. Und das nehme ich ja auch ab, dass sie das wirklich aus Liebe gemacht hat, weil sie den Scheiß einfach geglaubt hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass es mir wirklich Angst gemacht hat, weil sie wirklich sehr emotional geworden ist, immer dabei und gesagt hat, Du weißt, wenn bei dir irgendwas diagnostiziert wird, dann müssen wir schnell sein und dann müssen wir sofort aus dem Land reisen. Und am besten solltest du schon eine gepackte Tasche unter dem Bett haben. Als Zwölfjähriger fuhr er mit zu den Treffen der Szene, spätabends in Gasthöfen auf dem Land. Eine Freundin habe die Mutter mit der GNM vertraut gemacht. Die hat gesagt, ja, das ist irgendwie eine verbotene Lehre in Deutschland. Die Juden verfolgen dich, wenn du das machst und praktizierst. Deswegen müssen wir das geheim machen. Wir dürfen niemandem davon erzählen, dass wir auf diese Treffen fahren. Im Nachhinein finde ich es natürlich sehr erschreckend, dass da auch sehr oft halt die Juden das Thema waren und der Holocaust. Und ich mich an mindestens zwei explizite Gespräche zwischen mir und einem der alten Männer da erinnere, der mich darüber aufgeklärt hat, dass es den Holocaust nicht gab und dass das alles eine Erfindung der Juden ist. Das heißt, innerhalb der GNM-Szene, die du erlebt hast, waren wirklich die Juden sozusagen das Feindbild? Ja, schon. Es war nicht das Hauptthema, auf das ich fokussiert wurde, aber es war ein Konsens, auf dem dieses Thema aufbaute. Antisemitische Aussagen werden auch im Seminar von Uwe E. verbreitet. Genauer, die Legende vom angeblichen jüdischen Kindermord. Ein anwesendes Paar fragt sich, warum es keine Kinder bekommen kann. Uwe E.'s Helferin vermutet, sie hätten in früheren Leben Verbrechen an Kindern begangen. Du warst Rabi und sie war Pastor. Mein Gefühl war, dass die Kirche mehr diejenigen waren, die die Kinder herangeschafft haben oder sich um die Züchtung der Kinder gekümmert hat und ihr mehr so um die Ausführung. Also alles, was dann so mit Messer hantieren und Blut abschöpfen und Häuten und so weiter zu tun hat, war dann eher euer Spezialgebiet. Ganz im Sinne dessen sozusagen, die Vorhaut zu entfernen oder auch nicht, oder... Tiere schächten und Koscher machen. Zurück nach Niedersachsen. Wir sind auf dem Weg zu Uwe E. wollen mit ihm sprechen. Guten Tag, wir sind von der ARD. Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen machen. Haben Sie kurz Zeit? Erst reagiert er nicht, kommt dann aber doch aus dem Haus und spricht mit uns. Er will uns aber kein Interview geben. Warum raten Sie Krebspatienten dazu, Menschen, die zum Beispiel Hodenkrebs haben, warum raten Sie denen von einer Operation ab? Wenn Sie die Frage stellen können, dann müssen Sie doch diesen Text, wo ich das begründe, mitgelesen haben und dann wüssten Sie, dass ich von Aufschub gesprochen habe. Von Aufschub? Aber das sind Patienten, bei denen im Zweifel jeder Tag zählt, sagen Onkologen. Ja. Da schütteln Sie jetzt den Kopf? Er weicht aus. Es sei der falsche Moment für ein Interview. Er wolle sich aber mit uns verabreden. Doch auf unsere Terminvorschläge in den darauf folgenden Wochen geht er nicht ein. Auch unsere schriftlichen Fragen beantwortet er nicht, droht uns schließlich mit juristischen Schritten. Kurz vor der Ausstrahlung hören wir, dass Uwe E. das Dorf verlassen haben soll. Auch wenn im Ort Erleichterung herrscht, seine kruden Thesen ziehen mit ihm weiter. Ja. 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 Ja.